Die Landtagswahl 2016, nun auch schon wieder Geschichte, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Die Auswirkungen der Landtagswahl 2016, die am Sonntag, den 13. März, stattfand, die werden wir noch zu spüren bekommen. Sie haben es im Titel gelesen, die Grünen, was nun mehr oder weniger. Wir werden Resümee ziehen zu den Landtagswahlen. Wir haben hierzu unseren Landtagskandidaten der Grünen, Herrn Richard Grünewald, ins Studio eingeladen. Er kam sehr spontan und ich freue mich tierisch über seine Anwesenheit und darf ihn recht herzlich begrüßen. Hallo, Richard. Hallo, guten Abend. Richard, es tut, sage ich jetzt auch mal so, als objektivsehender richtig weh, wenn man die Ergebnisse der Grünen bei den Landtagswahlen 2016 sieht. 10,1 Prozentpunkte verloren. Jetzt gilt es natürlich nachzuarbeiten, jetzt gilt es natürlich zu analysieren, woran lag es. Darüber wollen wir reden, von 15,4 Prozent auf 5,3 Prozent. Ich sage jetzt einfach mal, um zu eröffnen, woran lag es. Ja, das Spannende bei dieser Wahl war, dass kaum über die Parteien abgestimmt wurde, sondern dass ein Thema die Wahl überlagert hat, die Frage, wie gehen wir mit den Flüchtlingen um, und dass sich hier bei uns in Rheinland-Pfalz etwas ganz massiv zugespitzt hat auf die Frage, wer soll Ministerpräsidentin werden. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen, die grün wählen, die grüne Arbeit positiv bewerten, eine andere Partei gewählt haben. Also letztendlich war es im Prinzip der einzige Landtagswahlkampf, wo eine solch extreme Personenwahl war, meines Erachtens. Und wie du schon eben sagtest, die Grünen wollten Malu Dreyer behalten als Ministerpräsidentin, weil es eine gute Koalition war? Das war sicherlich eine gute Arbeit, die die rot-grüne Koalition geleistet hat. Es ist fast eine Gesetzmäßigkeit, dass in Koalitionen der Nutzen oder das Ansehen hinterher eher beim größeren Koalitionspartner liegt und der kleinere Koalitionspartner salopp gesagt eher federn lässt, die Verdienste weniger stark in den Vordergrund treten. Die Grünen hatten mit Evelyn Lemke eine sehr gute Wirtschaftsministerin und ich hoffe, dass sie auch in einer neuen Regierung eine entsprechende Aufgabe wird übernehmen können. Die Umweltministerin Ulrike Höfgen hat neue, tolle Projekte auf den Weg gebracht, wenn wir an den Nationalpark Hunsrück denken. In anderen Bundesländern sind Nationalparks absolute Erfolgsmodelle, die auch sehr viel bringen für die Bevölkerung, die den Tourismus befördern. Aber das sind Dinge, die brauchen einfach länger. Das kann man nicht noch schon nach einem Jahr sehen, den Effekt, sondern das dauert länger. Da braucht man mindestens eine Legislaturperiode. Da braucht man drei bis fünf Jahre, bis sich das also sichtbar auch einstellt. Und das dritte Ministerium, das die Grünen verantwortet hatten, war Integration, Familie mit der Ministerin Irina Alt, die wir auch hier in Worms hatten zur Diskussion, das ist in drei Bereichen eine solide Arbeit gemacht worden. Gut, wenn keine große Koalition entstehen wird in Rheinland-Pfalz, wovon keiner ausgeht, denke ich mal, aber die Möglichkeit besteht ja, wie beim Bund eine große Koalition, Rot-Schwarz, wären diese Ämter wahrscheinlich aber nicht im vollen Umfang von den Grünen noch zu besetzen, oder? Ja, also eine große Koalition ist nie etwas, was man sich wünscht. Eine große Koalition führt immer eher dazu, dass es Stillstand gibt, dass man sich versucht, gegenseitig in Schach zu halten, dass man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Von daher glaube ich, dass für Rheinland-Pfalz eine große Koalition keine gute Sache wäre, nichts, was unser Land wirklich nach vorne bringen würde. Und es spiegelt auch nicht besonders gut den Wählerwillen wider, denn der hat sich relativ deutlich geäußert bei der Frage, wer soll Ministerpräsidentin werden. Bei der Frage, wer soll Ministerpräsidentin werden, aber nicht bei der Frage, welche Koalition bestehen bleiben soll, denn sonst wäre ja Rot-Grün nach wie vor gewählt worden. Ja, ja. Wir hätten da ein, zwei Grafiken, vielleicht können wir in die mal reinschauen. Ich kann mal tiefer gehen. Gerne. Gut, da haben wir die erste. Ja, das war einfach dieser beachtliche Effekt, dass eine ganz, ganz große Zahl von Menschen, die eigentlich grün wählen, die grüne Politik gut finden, nicht grün gewählt haben, sondern die SPD gewählt haben. 90.000 Menschen in Rheinland-Pfalz. Andere Bewegungen, es gibt immer Wanderungen von einer Partei zur anderen. Das ist sozusagen im üblichen Rahmen, aber dass 90.000 grüne Stammwähler sozusagen der SPD die erste Stimme gegeben haben, die zweite Stimme gegeben haben, das ist verblüffend. Ja. Eine Frage, ich sehe gerade die 21.000, die abgewandert sind von den Grünen zur CDU. Denkst du, diese 21.000 sind abgewandert wegen der Merkel-Politik, wegen der Asylanten-Politik? Nein, ganz sicher nicht, das kann man ausschließen. Es gibt auch Untersuchungen jetzt von der Forschungsgruppe Wahlen oder von Infratest-DiMap, die zeigen, die Zufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik und die Zufriedenheit mit unserer Regierungsform ist nirgendwo höher als im grünen Lager. Nicht gefolgt von der SPD, dann von anderen Parteien, aber Grüne sind mit der Arbeit, die geleistet wurde in unserem Land, insgesamt am Zufriedensten. Besonders beim Thema Flüchtlinge. Ich deute das so, dass sehr viele Menschen, die grün wählen, auch nah dran sind an Flüchtlingen. Sich engagieren in Initiativen, persönlich Flüchtlinge kennen oder betreuen. Und wer mit Menschen, fremden Menschen Kontakt hat, der hat auch keine Angst mehr vor ihnen, das löst sich einfach im Kontakt auf. Und darum haben grüne Wähler Merkel unterstützt. Wir sehen das im Nachbarland Baden-Württemberg ganz massiv. Ja, also es gibt keine Anti-Merkel-Wähler bei Grünen, ganz im Gegenteil. Du sprachst gerade vom Nachbarland Baden-Württemberg. Da haben die Grünen zugelegt, genauso wie die SPD in Rheinland-Pfalz zugelegt hat, wahrscheinlich aus den genannten Gründen, dass sie Unterstützung erfahren hat, die Frau Dreyer durch die Grünen. Was ist der Erfolgsweg der Grünen in Baden-Württemberg gegenüber dem Weg der Grünen in Rheinland-Pfalz? Ja, in Baden-Württemberg ist ganz klar, wer Grün verkörpert. Das ist Ministerpräsident Kretschmann, der das auf eine hervorragende Art und Weise macht, sehr ruhig, sehr umgänglich, überhaupt nicht sprunghaft, berechenbar. Und er verkörpert auch die Person des Landesvaters hervorragend. Wir sind in einer Situation in unserer Zeit, in der viele Menschen Angst haben, in der sie glauben, es gäbe Bedrohungen von außen. Das ist so subjektiv überzogen. Aber wir haben natürlich eine Welt, in der sich vieles ändert. Und in dieser Zeit möchten die meisten Menschen einfach Verlässlichkeit. Die möchten jemanden haben, dem sie vertrauen. Und das strahlt er nicht nur aus, sondern er bringt es auch rüber. Und da ist Kretschmann einfach jemand, der das absolut verkörpert. Zu den Ergebnissen in Worms, jetzt in unserem Wahlkreis. Da hat sich eigentlich, möchte ich mal sagen, zu den vorherigen Wahlen, ich schließe jetzt auf die Bundestagswahl, auf die Kommunalwahl, gut, die ist eh außen vor. Da habt ihr einen Riesengewinn mit 12,02 Prozent gehabt. Aber bei der Bundestagswahl waren auch noch 7,7 Prozent. Und das ist genau die Zahl, die an Zwotstimmen für die Grünen hier in Worms erreicht wurden. Das ist doch auch auf die gute Arbeit der Grünen in Worms zurückzuführen. Und das ist wirklich bemerkenswert, dass die Erststimmen, also die Personenstimmen für den Kandidaten, für meine Person, nicht nur Stimmen sind, so erlebe ich das, für die Arbeit, die ich persönlich mache, sondern ganz klar Stimmen für die ganze Truppe, also für die Grünen insgesamt in Worms. Und ich habe den Eindruck, die Wähler haben unterschieden. Die Erststimme hat im Grunde bewertet, wie gut ist die Arbeit, die grüne Arbeit in Worms. Das ist sozusagen die Worms-Stimme, die erste Stimme. Und die zweite Stimme war quasi die Ministerpräsidentinnenstimme. Und deshalb liegen die Ergebnisse auch so stark auseinander. Wir haben grob 40 Prozent mehr Stimmen bei der Erststimme, also für die Arbeit hier in Worms. Und das ist auch schon ein sehr schönes Gefühl. Du hast eine schöne Statistik hinsichtlich der Altersgruppen, wie gewählt wurde. Wenn wir da vielleicht mal drauf eingehen können. Ja, das ist interessant. Die Frage ist, wer wählt welche Partei? Und ich habe mich nicht nur befasst, was kann man bei Grünen sehen, sondern wie sieht es insgesamt aus, welche Altersgruppe? Und die grünen Wähler sind überwiegend junge Menschen. Haben wir das zum Einblenden? Ich denke, das haben wir auch dabei. Jawohl, wunderbar. Wir sehen Menschen im Alter 18 bis 24 Jahre, also die gerade volljährig sind, die haben die höchste Zustimmung zu Grünen. Gut, das war ja schon immer euer Klientel. Man hat manchmal den Eindruck, oder man sagt auch gerne mal, die Grünen wären alle mittlerweile alt geworden oder hätten gar schon graue Haare. Ich gehöre auch schon ein Stück dazu. Aber das stimmt nicht. Man sieht einfach, die Politik, die wir machen, Nachhaltigkeit, also wie geht es in Zukunft weiter, nicht nur morgen, sondern auch übermorgen, das ist ein Thema, das viele junge Menschen bewegt. Und in der Altersgruppe 20 Jahre bis 25 Jahre ist einfach völlig klar, dass man auf die Umwelt Rücksicht nehmen muss. Das muss man da gar nicht mehr groß diskutieren. Und da gibt es die größte Zustimmung zu Grünen. Aber wenn man bedenkt, je älter die Wähler werden, umso weniger wählen sie die Grünen, obwohl das doch im Prinzip die ursprüngliche Basis darstellt. Wenn ich hier sehe, von 60 bis 69, die Grünen sind 30 Jahre alt. Nehmen wir mal von 49 bis 59, 6 Prozent. Das sind doch die, die zum Gründungszeitpunkt der Grünen in dem Alter waren, 18 bis 24 bis maximal 30. Haben die die Überzeugung der Grünen verloren? Oder warum sind da so große Abgänge? Wenn die Menschen älter werden, scheinen sich Schwerpunkte zu ändern. Also keine Stadtbahnwest mehr. Möglich, genau. Es sind ja auch heute nicht mehr diese ganz großen Konfrontationen. Also wir haben nicht mehr, wir sind keine Dagegenpartei mehr, wir sind eine Dafürpartei geworden. Darüber bin ich sehr froh. Es geht nicht mehr zu sagen, wir sind gegen dies oder das, sondern wie gestalten wir Zukunft. Da gibt es noch die großen Themen Energiewende. Da gibt es, dass wir die Kohlekraftwerke abschalten müssen. Aber es ist alles nicht mehr so ganz einfach. Nur mit Demonstrieren ist es leider nicht getan. Es sind ja auch viele Ziele der Grünen erreicht worden. Vieles ist Gemeingut geworden. Oder Gemeingut, wo sich jetzt jeder darum kümmert, weil er weiß, dass es geht. So weit sind wir leider noch nicht. Jeder sagt es mittlerweile, aber es hat noch nicht jeder wirklich auch für Innerlicht. Denen zu sagen, ich bin dafür, dass wir für die nächsten Generationen die Umwelt erhalten, das ist ja billig. Das kann man leicht sagen. Viel ist seinen Wunsch. Genau. Wenn es dann aber heißt, ich kaufe eben kein SUV, sondern ich kaufe ein E-Bike, dann wird es schon spannender. Und da muss man im Kopf sich ein bisschen bewegen. Und da komme ich nochmal auf junge Menschen zurück. Für die sind solche Statussymbole wie ein großes Auto, das Pille-Palle. Das interessiert einfach nicht mehr. Da kommt es auf ein Handy an, da kommt es auf eine Internetverbindung an. Aber diese klassischen Dinge, so Spritschlucker, da muss man niemanden von abbringen in dieser Altersgruppe. Das ist einfach unendlich. Das ist logisch, das ist normal. Vielleicht noch eine Ergänzung. Wo waren die stärksten Wähler altersmäßig bei der CDU oder bei der SPD? Das haben wir leider nicht als Grafik. Ich habe es nur im Papier, lese es aber gerne vor. Die stärkste Altersgruppe bei den Sozialdemokraten ist die Altersgruppe 60 bis 69 Jahre. Also das sind schon etwas um das Rentenalter. Die stärkste Altersgruppe bei der CDU sind 70 Jahre und älter. Ich könnte jetzt mal ganz fies sein. Stirbt die CDU langsam aber sicher aus? Ich würde mir Gedanken machen, wenn ich bei der CDU wäre. Gut, SPD war nicht so schlimm, CDU war schlimmer. Wobei ich vielleicht sogar gedacht hätte, das ist vielleicht gleichgelagert. Oder bei der SPD noch eher, weil der SPD hat ja eine lange, lange, lange Vergangenheit. Und eine große Geschichte, das müssen wir sagen. Nur, dass bei der CDU diese Wähler so sind, diese Wählerschichten, das verwundert mich etwas. Ja, es spiegelt auch etwas, unsere Gesellschaft wird da. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Die größte Gruppe an Menschen, die einfach da ist im Moment, sind Frauen über 65. Das ist von der Alterspyramide her, die meisten, wenn man die ganzen Alterskohorten, die Altersgruppen nebeneinander stellt, sind Frauen über 65. Das ist ein demoskopisches Problem. Ja. Jetzt noch mal einen Blick voran. Was hat die Grüne Partei in absehbarer, in kurzfristiger und in langfristiger Zeit vor, um diese Wahlergebnisse wieder auf einen gerechten Stand zu bringen, sage ich jetzt einmal. Ja. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie die Arbeit vor Ort ausfällt. Bei dieser Wahl wurde weniger über die Stadt entschieden, immer noch nicht so ganz übers Land, sondern es war ein Bundesthema, Flüchtlinge. Das ist eigentlich schon fast ein Europa-Thema. Also die ganz große Politik hat die Landtagswahl bestimmt bei uns. Ich glaube, ich glaube, dass in Zukunft dann auch wieder lokale Themen wichtig werden. Die Arbeit, die wir als Grüne hier vor Ort machen, da wird es spannende Diskussionen geben. Brauchen wir eine Krankenhaustangente, die nach unserer Einschätzung noch mehr Verkehr zu uns bringt? Können wir es uns erlauben, dass wir zum Beispiel 30 Millionen in Parkhäuser in Beton versenken, während wir kein Geld haben, um Kindergärten zu bauen? Also da wird es noch ganz interessante Fragen geben und da vertreten wir eine klare Position. Und da seid ihr dran im Stadtrat? Ja. Hoher Stein ist gewonnen? Das ist, ja. Weiteres ganz wichtiges Thema ist die Frage nach Transparenz. Ja. Wir stehen immer, oder es wird versucht, in einem Ausschuss unter Ausschluss der Öffentlichkeit Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel über sozialen Wohnungsbau in der Zukunft oder über Bebauung Karl-Vielinger-Straße. Es ist ein absolutes Unding, dass man so etwas hinter verschlossenen Türen verhandelt. Wir haben erreicht, dass es bei dem konkreten Fall eine Vorberatung im Ausschuss gibt, aber eine öffentliche Entscheidung, öffentliche Beratung dann im Stadtrat. Und das Schlimme ist, dass man das noch erkämpfen muss. Das müsste mittlerweile selbstverständlich sein. Aus welchen Gründen wird das so gehandhabt? Was denkst du? Es gibt die Angst, dass in der öffentlichen Diskussion Fensterreden gehalten werden. Dass man nicht in der Sache diskutiert, sondern nur versucht, sich positiv darzustellen. Ich glaube, das ist übertrieben und unbegründet, diese Angst, weil man kann gar nicht auf Dauer nur schwafeln, sondern man muss ja auch mal zur Sache kommen oder es wird einfach klar, dass jemand nur schwadroniert und nicht zum Thema spricht. Da muss man dann einfach auch mit Fragen nachhaken oder als Diskussionsleitung oder im Wettbewerb der Parteien sagen, liebe Kollegen, bitte zur Sache. Oder die Menschen müssen es einfach bewerten, indem sie an der Diskussion teilnehmen können und anschließend zum Beispiel einen Leserbrief schreiben und sagen, ein Kandidat sowieso hat ja eigentlich nichts zur Sache gesagt. Versteht ja vielleicht nicht sogar die Angst, dass jetzt das ausufert innerhalb der Sitzung, dass anwesende Gäste, anwesende Bürger praktisch zu stark reinrufen? Das ist ja nicht zulässig und das ist auch richtig. Also die Ausschüsse oder der Stadtrat ist gewählt, um zu entscheiden. Es könnte schon sein, dass eine Sitzung länger dauert oder dass es auch mal etwas höher hergeht, aber ich glaube, das würde uns sehr gut tun. Eine engagierte Diskussion ist auf jeden Fall gut und warum soll man auch nicht mal drei Stunden über ein Thema diskutieren, das uns noch viele Jahrzehnte beschäftigen wird. Das wäre die Zeit wert. Wenn es drei Stunden diskutiert wird, dann wird es dementsprechend auch wichtig sein, dass man aus den verschiedenen Meinungen auf einen Nenner kommt und eine Entscheidung im Sinne der Bürger trifft. Nochmal auf die Landtagswahl zurückzukommen. Wie groß siehst du die Chancen für die Koalition zwischen Grünen, FDP und SPD? Das scheint eine mögliche, wenn nicht gar die wahrscheinliche Variante zu sein. Ich sagte schon, eine große Koalition ist selten besonders gut. Ich sehe durchaus Möglichkeiten, wie die drei Parteien sich zusammenraufen. Gut daran wäre, aus meiner persönlichen Sicht, die Wähler haben sich ganz klar für Malu Dreyer entschieden. Malu Dreyer hatte eine Zustimmung von 54 Prozent, also mehr als die Hälfte. Die Zustimmung für Julia Klöckner lag nur bei einem Drittel, bei 34 Prozent. Das sollte man auch respektieren in der Regierungsbildung. In einer Ampelkoalition ist klar, wer Ministerpräsidentin wird und die anderen Parteien FDP und Grüne können jeweils ihren Beitrag einbringen. Das heißt, Grüne können den Aspekt Umwelt, Klimaschutz, Energiewende weiter vertreten. Und warum soll nicht auch die FDP, wenn sie gute Leute hat, eine vernünftige Position einbringen? Das kann uns doch nur bereichern. Jetzt werden wir mal intim, meine Damen und Herren. Der Richard Grünewald hat zusammen mit der Julia Klöckner studiert, hat er mir vorhin gesagt. Ja, es liegt schon etwas zurück. Liegt schon etwas zurück. Wir haben beide Theologie studiert, ja. Beide Theologie studiert. Und wie hast du sie damals kennengelernt? Also nicht kennengelernt, so, hallo, ich bin der Richard und du bist Julia, sondern wie hat sie sich damals gegeben, wie hat sie sich zu heute verändert? Wir saßen im gleichen Seminar und haben dann Referate und Arbeiten gehalten. Julia Klöckner ist eine sehr sympathische und gewinnende Person gewesen und ich glaube, das ist sie auch noch heute. Sie ist sehr kontaktstark. Sie war früher auch schon sehr zügig mit dem Mundwerk und wenn man sie heute betrachtet, muss man den Eindruck haben, dass nochmal eine ganz gehörige Portion Ehrgeiz dazugekommen ist. Und wenn ich einen anderen Journalisten zitieren darf, der sagt, manchmal spricht sie schneller, als sie oder andere denken können. Und das war offensichtlich nicht das, was Menschen sich für eine Ministerpräsidentin mit einer ruhigen Hand, einer Zuverlässigkeit gewünscht haben. Dieses etwas Vorlaute, dieses auf den Putz hauen, das scheint sich verstärkt zu haben. Wie gesagt, dieses Spontane, das habe ich immer schon kennengelernt und wie gesagt, ist es auch jemand, mit dem man eigentlich gut auskommen kann, aber ich glaube, sie müsste einfach ein bisschen mehr nachdenken, bevor sie sich äußert. Ja, war es vielleicht auch der Grund, was ich mit dem Herrn Baldauf gesprochen habe, der ja vertretungsweise für die Frau Klöckner hier bei uns im Studio war, dass vielleicht dann ein Jahr später, wenn die liebe Frau Merkel nicht den Fehler machen will, den der Helmut Kohl gemacht hat, denn zu lange im Amt zu sitzen, das kann ein Fehler sein, die Menschen wollen was Neues, dass sie als Kronprinzessin, als Kanzlerkandidatin, dann praktisch, wenn sie die Wahl gewonnen hätte, nach Berlin gegangen wäre und praktisch dann nur ein Jahr Ministerpräsidentin gewesen wäre? Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass uns das erspart bleibt. Okay, alles klar. Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Wenn es von deiner Seite aus her ausführlich behandelt wurde, wir sind auf die Wormsackgrünen. Hatten wir was übersprungen oder wolltest du noch reden mit was? Nein, ich denke, es war einfach dieser Punkt, dass es ganz klar eine Ministerpräsidentinnenwahl war und dass das einfach auch ein wesentlicher Grund war, weshalb die Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Ja, letztendlich. Gut. Richard, ich darf mich nochmals für dein spontanes Kommen bedanken. Sehr gerne. Und ich hoffe und ich denke, dass es für die Zuschauer auch sehr interessant war und vielleicht laden wir auch manchmal das nächste Mal die anderen Wormsack-Landtagskandidaten ein, um zu sprechen, was denn eigentlich Sache war. Für Sie, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim weiteren Programm des offenen Kanals und dir nochmals herzlichen Dank. Gerne.